jo leute was geht ab hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen video auf meinem kanal und heute spielen wir minecraft mario party und zwar mit dem lieben bepo link ist in der video beschreibung schaut gerne bei ihm vorbei lässt gerne ein abo da grüßt ihn von mir und da würde ich sagen viel spaß mit dem video so herzlich willkommen zu einer weiteren folge mario party heute schon mal mit dem lieben und einer fünf wir haben eben meine aufwärmrunde gespielt das war ja deine erste runde mario party vorher noch nie gespielt das ist schon wieder das dann würde ich auch gerne wieder erster werden wenn da niemand was gegen hat aber ich fürchte warte wo bist du ich such dich dahinter ich will mir das nicht so leicht du hast dich also bereitgestellt mich auf jeden fall erster werden zu lassen naja ich bin ja eigentlich hinterher gerannt ich kenne auch das wo du wo du dann läuft so nur die alles kaputt geht 22 haben wir so viele spiele ich bin doppelt so gut gewesen ich glaube dass du irgendwas falsch verstanden es geht genau genauso wie los wie letzte runde jetzt kommt ihr vom bau sagt hält ne schade bei mir ist noch nicht ganz so schlimm könnte eine 5 am anfang ja ich bin ja eher so sechsen gewohnt aber das läuft natürlich nicht immer gucken ob ich diesmal direkt hoch wieder raus ich sag hier kommt genau hier wo ich stehe kommt 1 ich bewege mich einfach nicht ich auch nicht wird schon ich würde es einfach links klicken nach oben das ist take on me von aha take on me 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 oh da ist eins ich komm nicht ran ich muss ich muss ein kleines stück laufen hier waren drei stück bisschen weiter vorne aber drei stück hast du noch geschafft ich hab's geschafft ja und jetzt kommt hier eins so oh da ist eins oh ich hab's bekommen das sieht schlecht aus komm ich steig aus komm her ja nur einer hier oh schade ja schade ähm wird alles rausgestehen hier wir nehmen so lange auf bis ich erster bin wo bist du denn? oh schade in keinem doch das doch noch wecke ich schnapp soo hier hier are you sure about that? äh ich hab geradeaus äh waren alle da hinten ich stand auf der komplett falschen Ecke gar nicht gar nicht ach dritter warst du ich war dritter? oh ich hab eine 1 gewürfelte und ich hab auch eine 1 gewürfelte und noch eine 1 oh man also irgendwer also irgendwer und bowser fällt und vierfelder zurück oh jetzt bin ich auf Feld 3 richtig schöne begrüßung hier 1 bowserfelder blockhüpfer was ist denn das? ah da ähm ploppt immer ein block auf und du musst darauf hüpfen einfach random irgendwo ja du hast halt ne eigene farbe achso ach du heilige welche hab ich denn die hier? wenn du rechtsklick auf den block machst setzt du nen checkpoint ah aber je mehr je mehr checkpoints du setzt desto langsamer ploppen die nächsten blocke auf achso ich dachte ich muss das nach jedem machen um zu bestätigen oh ich hab jetzt auf die ersten dinger jetzt einfach drauf geklickt und runter gefallen neunzehn komm doch wohl perfekt er wollte nicht er wollte nicht 20 achso persönlicher rekord ah total nach dem ersten spiel schon ah hm hm wie viele felder gucken so wo bleiben meine sechsen schon wieder ne 1 vier und ne vier also irgendwas ist hier ganz ganz faul erstes auf 25 was ist das jetzt? 1 in the chamber ah das ist das mit dem kaputt machen ne? ein bogen und ein schwert und ein pfeil der pfeil tötet instant ja und nach jedem kill kriegst du einen neuen pfeil seitdem du gestorben bist oh ne also quasi triple kill achso man hat ja auch einen bogen stimmt ach da bist du oh da warst du und da unten bist du ach schade rücken geschossen rücken geschossen ach persönlicher rekord ich bin vierter ach ich bin vierter schade äh es gibt zwei zwei punkte dahinter ganz knapp so nichts wieder ne 2 na immerhin ne und noch ne 1 naja ich habe auch ne 3 gewürfelt ich glaube ich habe in diesem spiel jetzt schon mehr Einsen gewürfelt ich habe Pfeile mit der Kopf nein das ist insgesamt überhaupt Pfeile mit der Kopf Pfeile mit der Kopf Minenfeld was ist denn das? ach das ist dieses mit dem ach ja wo du durchrennen musst so darfst du nicht auf die Druckplatten springen oder rüber laufen sonst wirst du wieder zum Anfang zurückgesetzt ach perfekt auf jeden Fall schwieriger wie es aussieht jo die Bahn ist frei wie bitte? oh man schade war knapp dahinter wow hacker oh ne 6 ich habe auch mal wieder ne 6 geworfen du das kenne ich gar nicht mehr Platz 17 ey ich bin schon viel weiter als letzte Runde ja ich glaube der ist schon ja der eine 3 bis zum Ziel 3 Felder hinterm Ziel Wettrennen du hast glaube ich Speed 2 oder so das heißt einfach laufen nicht springen außer wenn da Lücken sind natürlich hast du nicht springen ja perfekt du kannst auch Spiele ausmachen mit der Farbe aber sonst weiß ich gar nicht wo es wie lang geht uuuh ey fast direkt runter gefallen ja ich auch ich bin wieder hey wie soll man den Sprung schaffen bei dem Eis da oder wo war's ich bin genau am Ende runter geflogen ach ich muss hier rein oh Gott ich habe versucht bei diesem bei diesem Pilz oder bei dieser Rohre auf dem Rand hoch zu springen oh zweiter noch geworden ja also ich bin erster und zweiter geworden nicht schlecht also zwölfter soo ach neins ach neins für den schlechten Joke habe ich direkt neins gekriegt und ne5 wow jetzt geht das aber wieder los hier mit dem Würfelglück ich bin mal Zeit für ein paar pvp Spiele ach ich glaube ich jetzt vorbei ach das war's schon ach das war's schon das ist ne sehr kleine Mapgebäde ey du bist dritter geworden ja das war schon besser als letztes Mal wenn ich noch bessere Würfel zahlen oder besser gesagt höhere Zahlen werfe dann ich bin vorletzter geworden im Gegensatz zur letzten Runde war ich letzter da hat sich auch gesteigert ja ich würde sagen das war's mit der Folge mit dem lieben Doki nix ähm wir haben jetzt auf jeden Fall vor öfter mal zusammen was aufzunehmen Mario Party auf jeden Fall vielleicht auch nochmal was anderes mhm werdet ihr dann ja sehen in Zukunft schaut gerne bei ihm vorbei ich verlinke ihn auf jeden Fall unten in der Beschreibung und damit würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder tschüss tschüss Bis zum nächsten Mal.